Und wieder zurück zu nein 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 Alles klar los geht's Jetzt müssen wir hoffentlich genug haben Wo ich habe gerade eine trophäe bekommen seek a way out again Suche ein weiteres mal einen weg nach draußen okay Ha ich glaube dass ich glaube das wackeln hat aufgehört oder das beben Es scheint so aber wir sind noch nicht außer gefahr das recht lasst uns beeilen Dieser ausgang Braucht auch die uranus karte Hey john pay ja ich weiß Alles klar sie ist offen los geht's Okay neptun schlüssel mal sehen ob du funktionierst ja es ist aufgeschlossen Krass wir sind direkt in dem verbrennen verbrennungsanlage angekommen da steht verbrenner verbrennungsanlage drauf also ist das der verbrenner Scheint als ob Achso das ist das erste mal dass ich ihn von dieser seite sehe aber ja ich glaube schon Dann scheint dort ein hebel in der nähe der tür zu sein ja genau hier Zieh den hebel und die tür sollte sich öffnen alles klar Okay, los geht's und ist center da drin Wow alter was zur hölle geht hier vor Was ist los bist du okay Jumpy du bist gekommen um mich zu holen Natürlich habe ich das ich habe ein versprechen gegeben Ich bin so froh dass du hier bist so froh Hey was ist mit dir passiert mir geht's gut ich bin nur ohnmächtig geworden ich habe mich nicht gut gefühlt Ich fühle mich jetzt allerdings viel besser Bist du dir sicher Ja ich muss nur ein bisschen Ich muss ich muss mich nur ein bisschen länger ausruhen Ich bin mir sicher dass es mir gut gehen wird Darüber solltest du dir keine gedanken machen Center Hey wo ist die wo ist die wo ist die waffe was ist irgendwo versteckt Ich habe sie nicht Ich wurde ich wurde Ich wurde richtig geschlagen und er hat die waffe genommen was wer hat sie genommen Was ist das nicht offensichtlich Ich habe die waffe Und genau das gleiche szenario wie letztes mal Ace Was zur Hölle glaubst du tust du da Ace Oder sollte ich eher sagen Genteru Hongo Kopf von von Cradle Pharmaceuticals Es scheint als hättet ihr als hätte ich einen Nachteil und das gefällt mir nicht Ihr kennt mich aber ich kenne euch nicht Habt ihr irgendeine Idee wie sehr ich gelitten habe? Könnt ihr überhaupt Könnt ihr überhaupt auch nur annähernd meinen Schmerz verstehen? Der Schmerz von Prosopagnosie richtig? Noch so ein irritierendes Insekt Und woher Und wie woher weißt du das bitteschön? Gute Frage Ist auch egal Wenn du nicht antworten willst Macht es für mich keinen Unterschied Das ist eh Zeitverschwendung Es ist Zeit für mich zu gehen Zuerst die Eins Gib mir deine Hand Acht Und jetzt hiermit Neun Der neunte Mann Der neunte Mann Kubotas Armreif Ich schätze ich habe das Spiel gewonnen Es war schön mit euch allen zusammen zu spielen Ich muss allerdings Zero dafür danken schätze ich Warte was? Ich weiß nicht wer Zero ist? Was zur Hölle planst du Center? Jedenfalls endet das Spiel jetzt Ich werde entkommen Und der Rest von euch Wird ein etwas weniger angenehmes Ende finden Ich rate euch Eure letzten Momente zu genießen Auf Wiedersehen Warte Warte was? Warum öffnet sie sich nicht? Ach nochmal Ah Öffne dich Oh Mann Offensichtlich hast du da die falschen Nummern bei dir Was? Was soll das? Warum? Die Quersommer sollte neun sein Sie muss es sein Also warum öffnet sie sich nicht? Jetzt! Nice Seven Ach das war knapp Viel zu knapp Danke dir Seven Keine Ursache Allerdings ist ein einziger Schlag nicht genug für dieses Stück Scheiße Nach allem was er vor neun Jahren getan hat Werde ich ihn in Stücke reißen Aber wenn Aber wenn ein Verdächtiger nicht reden kann Wird es uns auch nicht viel nützen Sobald er in einer Zelle eingesperrt ist Werden wir ein kleinen Werden wir ein kleines Gespräch führen Vor neun Jahren? Ah Dann musst du also Ja Hast du es endlich herausgefunden? Du dummer Du Hast du es endlich herausgefunden? Dummer Arsch Ace Du hast Kubota Nijizaki Und Musashido ermordet Oder nicht? Warte Nijizaki? Oh richtig Du weißt es noch gar nicht Alles klar Wir werden dann der Reihe nach durch Wir werden sie dann alle der Reihe nach durchgehen Okay? Fangen wir mit Kubota an Du hast mit Kubota geredet Und es geschafft ihn davon zu überzeugen Alleine durch die Nummer 5 Tür zu gehen Du hast ihn getötet ohne dass du es danach hast aussehen lassen So wie ich das sehe Hattest du vier Motive Erstens In dem Nonary Game ist die Nummer 9 gefährlich Wer auch immer die Nummer 9 Die Nummer 9 hat Kann jedem Team beitreten Wie auch immer es ihnen beliebt Wenn man die Nummer 9 Wenn man die Nummer 9 irgendeiner Ziffer zufügt Verändert sich die Quersumme nicht im geringsten Was bedeutet dass die Nummer 9 tun konnte was auch immer sie wollte Du wolltest diese Bedrohung so früh wie möglich ausschalten Zweitens Du wolltest den Nummer 9 armreif für dich selbst Sodass du dir seine Macht zunutze machen konntest Um ehrlich zu sein Du hast ihn bei dem Mod von Nijizaki benutzt Drittens Selbst wenn diese Nummer nicht die 9 gewesen wäre Kubota war ein Problem Er wusste von deiner Vergangenheit Er wusste was vor 9 Jahren passiert ist Du musstest ihn zum Schweigen bringen Bevor er es irgendjemandem sagen konnte Viertens Zuletzt aber wahrscheinlich Am ekelerregendsten Du hast Kubota als eine Art Test benutzt Du wolltest wissen wie ernst dieses Nonary Game war War es wirklich Ging es wirklich um Leben oder Tod Oder war es nur ein Oder war es nur ein harmloser Prank Ein harmloser Streich Du hast ihn davon überzeugt die Regeln zu brechen Sodass du sehen konntest was passiert Deshalb hast du Kubota getötet Aber er war gerade mal der Erste Als nächstes kam Nijizaki Während alle nach den fehlenden Teilen der Reds gesucht haben Bist du zu Nijizaki in der Nähe des großen In der Nähe des großen Hotelraums gegangen Ach In der Nähe des großen Krankenzimmers Allerdings wegen deiner Posopagnosie Hast du nicht realisiert dass er Nijizaki war Hauptsächlich darum Hauptsächlich deshalb Weil als du ihn getroffen hast Er wie Snake gekleidet war Deshalb hast du gedacht Dass Nijizaki Snake wäre Nein Das kann nicht Das war Nijizaki? Warum? Wie? Dazu komme ich noch Jedenfalls dachtest du Dass er Snake sei Snake war eines der Kinder In deinem Experiment Vor neun Jahren Du hast dich an ihn erinnert Weil er Weil er das blinde Kind war Aber die Präsenz Hat dich denken lassen Snake war eins meiner Subjekte Vor neun Jahren Er hasst mich wahrscheinlich Aber wenn das wahr ist Warum sagt er überhaupt nichts? Hält er etwa den Mund Weil er nichts sehen kann? Oder vielleicht arbeitet er mit Zero zusammen Um sich an mir zu rächen? Was auch immer der Grund sein mag Jeder der meine Vergangenheit kennt Ist eine Bedrohung Bevor er irgendetwas versucht Muss ich ihn loswerden Deshalb hast du dich dazu entschieden Ihn zu töten Die Mordwaffe war Kubotas armreif Du hast ihn einfach über das Red geschwungen Deine eigene Nummer verifiziert Und dann Nijizakis Arm geschnappt Und ihn an den Scanner gezwungen Dann Als die Tür sich geöffnet hat Hast du ihn reingeschmissen Neun Sekunden später Schloss sich die Tür Und dann sind 81 Sekunden verstrichen Und der arme Nijizaki war tot Dann willst du sagen Dass Snake noch am Leben ist? Tut mir leid Dass ich dich enttäuschen muss Aber ich bin so gut wie neu Vielen Dank Dass du den falschen Mann getötet hast Aber ich kann nicht sagen Dass Aber ich kann nicht sagen Dass ich das wissen mag Dass du mich tot sehen wolltest Allerdings um ehrlich zu sein Selbst wenn du nicht versucht hättest Mich zu töten Würde ich dich immer noch sehr hassen Tja Das kann ich dir nicht vorwerfen Zu guter Letzt Lass uns über Musashidos Über Musashidos Über Musashidos Tod reden Wenn Als Clover und ich Als Clover und ich Den einen Raum Untersucht haben Kamst du rüber Und hast mit mir geredet Erinnerst du dich Was du gesagt hast? Oh Eine Eine Taschenuhr Könnte ich da einen Blick drauf werfen? Ich habe sie dir ausgehändigt Und du hast den Raum verlassen Du warst Du warst derjenige Der das Nonary Projekt geleitet hat Natürlich würdest du Die Lösung zu jedem einzelnen Puzzle kennen Was bedeutet Dass du auch wissen würdest Wie man aus dem Steuerhaus rauskommt Alles was du tun müsstest Wäre die Uhr Wäre die Uhr Mit der richtigen eingestellten Zeit In die Tür einzusetzen Um sie aufzuschließen Mit der offenen Tür Könntest du die Kapitänsquartiere betreten Musashido war dort Ah Okay Und praktischerweise War direkt neben ihm Eine Axt platziert Die dich quasi Darum angefleht hat Dass du ihn damit ermordest Du hast diese Axt genommen Und Und die Klinge Tief in die Brust des Mannes Vergraben Ein einziger Schwung War alles Was du benötigt Was nötig war Als du zu dem Raum zurück Und anschließend bist du Zu dem Kartenraum zurückgekehrt Als ob nichts passiert wäre Da gab etwas Worüber ich mit dir sprechen Worüber ich mit Junpei Sprechen wollte Könntest du Für einen Moment mitkommen Ich hatte keinen Grund Nein zu sagen Also bin ich dir Zum Steuerhaus gefolgt Als wir hineingegangen sind Erinnerst du dich Wie du Deine Hände In meine Weste Gesteckt hast Du hast ein Stück Papier rausgezogen Eins das ich Benutzt habe Um während Während der Wahl zu Betrügen Aber das Aber danach hast du Nicht wirklich gesucht Der wahre Grund war Dass du Die Taschenuhr In meine Dass du die Taschenuhr Wieder in meine Tasche hast Wandern lassen Es war kein guter Plan Okay Wart mal was Moment Es war kein wirklich guter Plan Er hatte viel zu wenige Risiken Und Er hatte viel zu viele Löcher Und irgendjemand Und wenn irgendjemand Das falsche Ding Die falsche Sache Gesagt hätte Hätte Dafür gesorgt Dass alles um dich herum Einstürzt Oder dass der ganze Plan Um dich herum Einstürzt Du musst ziemlich verzweifelt Gewesen sein Aber was hat dich Dazu gebracht Dazu gewillt zu sein All diese Risiken Auf dich zu nehmen Ace Musashidos Mord Ist das Ist der einzige Den ich Nicht wirklich verstehe Du Du hast es Offensichtlich getan Aber warum Darum Was Hat es mit dem Papier Auf sich Les es einfach Mal sehen Nummer 1 Es gibt zwei Wege Wie du Wie du dieses Szenario Überleben kannst Der erste ist es Das No Nary Game Zu gewinnen Der zweite ist es Dass du deine Sünden Gestehst Die du vor 9 Jahren Begangen hast Ich habe eine Kamera In den Kapitänsquartieren Vorbereitet Die Bilder Die von dieser Kamera Eingefangen werden 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 Durch einen Satelliten Werden Durch einen Satelliten Aufgefangen Und auf die Ganze Welt Übertragen Schau einfach In die Kamera Und gestehe Sobald du Alles gestanden hast Werde ich dich Von diesem Schiff Erlösen Um deine Um dein Geständnis Glaubwürdiger zu machen Habe ich dir eine Oh Krass Habe ich dir Einen Zeugen In den Kapitänsquartieren Hinterlassen Vielleicht Wird er zusammen Mit dir gestehen Die Entscheidung Ist deine Mach was du willst Zero Krass Als ich in diesem Raum Auf dem D-Deck Aufwachte Habe ich das In meiner Tasche Gefunden Deshalb habe ich die Tür Nummer 1 Gewählt Als wir gewählt Haben Wenn ich durch Diese Tür Ginge Wusste ich Dass ich Zu den Kapitäns Zu der Kapitänskajüte Kommen könnte Wie du sagtest Ich wusste Wie man das Steuerhaus Betreten würde Wie man das Steuerhaus Betreten kann Mein Plan war Die Taschenuhr Vor allen anderen Zu finden Wenn ich das Schaffen würde Wäre mein Alibi Wasserdicht Zumindest War das der Plan Allerdings Zu meinem Nachteil Hast du sie Zuerst bekommen Dieser kleine Taschenspielertrick War das Beste Was ich Was ich Kurzerhand Planen konnte Du hast ihn Also von Du hast also Von Anfang an Seinen Mord Geplant Musashido Meine ich Ich wusste nur Dass Musashido Die Ich wusste nur Dass Musashido Die Na Der Zeuge war Nachdem ich Die Kapitänsquartiere Erreicht habe Ich habe ihn gefragt Und er antwortete Er schien Ziemlich benebelt Zu sein Wahrscheinlich Ist er gerade Erst Von Sein Wahrscheinlich Ist er gerade Eben erst Von Der Narkose Aufgewacht Ich schätze Nijizaki War In Ziemlich Genau Dem gleichen Zustand Er schien Verwirrt Und desorientiert Als ich ihn Konfrontiert Habe Und ja Du hast Du warst korrekt Ich habe von Anfang Ich habe von Anfang an Vorgehabt ihn zu töten Obwohl ich nicht wusste Wer er war Ich Ich habe Ich habe mich Zu den Kapitänsquartieren Begeben Um Diese Sogenannte Diesen sogenannten Zeugen auszulöschen Ace Du hast es herausgefunden Nicht wahr Du bist Manipuliert worden Ja So scheint es wohl Ich war Etwas mehr Ich war nicht viel mehr Als eine Puppe In vielen In vielerlei Hinsicht Überall wo ich hingehen War alles bereits vorbereitet Entschuldigt Kleiner Hustenanfall Die Reds In dem großen Krankenzimmer Waren Außer Gefecht gesetzt Nijizaki War wie Snake Gekleidet Es gab eine Axt In Den Kapitänsquartier Musashido War War noch benebelt Von Dem Von der Von der Narkose Also konnte er sich nicht wehren Nijizaki Genauso In Rückblickend betrachtet Kann ich nicht verstehen Warum ich in so eine einfache Falle gelaufen bin Aber ja Ja Es war eine Falle Es war Zeros Falle Und ich bin drauf reingefallen Hook Line Entzinker Okay Ich schätze mal Das sagt man Wenn man auf eine Falle Hineingefallen ist Ich habe alles getan Was er von mir wollte Ja Indem er dich manipuliert hat War Zero in der Lage Drei Leute zu töten Und das Blut Von seinen eigenen Händen Fernzuhalten Alles All das Geschah nur aus Rache Für das was vor neun Jahren Passiert ist Darum ist dieses Nonary Game Überhaupt passiert Habe ich recht Santa Hä Was zur Hölle Redest du denn da Ich weiß gar nicht Es gibt Es hat keinen Sinn Mehr Dumm zu Einen auf dumm zu machen Santa Um ehrlich zu sein Ich schätze Ich sollte dich wohl eher Aoi Kurashiki nennen Meine Erinnerungen Sind wieder zu mir Zurückgekehrt Du bist Aoi Kurashiki Daran gibt's keinen Zweifel Hätte nie gedacht Dass ich wieder Zu diesem Raum Zurückkehren würde Und mit dir rede Aber hey Ich schätze Das war alles Teil von deinem Plan Nicht wahr Nach allem Was passiert Nach allem Die Person Die dieses Nonary Game Die die ganze Zeit Dieses Nonary Game Geplant hat Achja Zero war nach All der Zeit Derjenige Der dieses Spiel Organisiert hat Und Zero bist du Sieht so aus Als hättest du Tatsächlich Deine Erinnerungen Zurück Was Tja Ich schätze Dann gibt es Keinen Sinn Mehr Darin Es zu Verstecken Ja Ihr habt mich Erwischt Ich bin Aoi Kurashiki Ich war eins der Kinder In den Nonary Games Vor neun Jahren Ich hab's rausgeschafft Snake darüber Snake da drüben Genauso Aber es gibt Eine Sache Naja ich schätze Es gibt zwei Dinge Die ihr Bei denen ihr falsch Liegt Nummer eins Ich bin nicht Zero Was Wart mal was Sicher Ich habe Zero Ausgeholfen Aber ich bin nicht mehr Als ein Assistent Wie ein Sekretär Aber ein Assistent Ist nun mal Nur ein Assistent Ich habe Ich habe mir hier Das Ganze Nicht ausgedacht Alles was ich getan habe War Zero Befehle Ausführen Also wenn du Nicht Zero bist Wer ist es dann Beruhige dich Junpei Habe ich nicht gesagt Zwei Dinge Du hast einen weiteren Fehler gemacht Junpei Du hast gerade gesagt All das war All das geschah Aus Rache Für das was Vor neun Jahren Passierte Deshalb ist dieses No Nary Game Überhaupt entstanden Aber das ist es nicht Rache ist nicht Der einzige Sinn Es gibt einen weiteren Grund Warum ihr Leute Das No Nary Game spielt Um jemanden zu retten Jemanden retten? Genau Ihr wurdet hier hergebracht Um meiner Schwester zu helfen Um Akane zu retten Was zur Hölle Redest du denn da? Akane Kurashiki Ist vor neun Jahren In diesem Raum gestorben Ah ne Seven Entschuldigung Akane Kurashiki Ist vor neun Jahren In diesem Raum gestorben Ich war dort Ich hab's gesehen Was? Was zur Hölle? Wo ist sie? Wo ist Akane Kurashiki? Oh mein Kopf Mein Kopf fühlt sich An als würde er explodieren Seven Was zur Hölle geht Ist mit dir los? Ich weiß nicht Ich weiß es überhaupt nicht Ich Ich könnte Ich schwöre bei Gott Mein Kopf fühlt sich an Als ob er explodieren würde Was war das Nonary Projekt Ich bin mir ziemlich sicher Ich bin mir ziemlich sicher Dass ihr es wisst Aber ich werde es euch Ein weiteres mal sagen Es war ein Projekt Das dazu Designed wurde Um ein bestimmtes Phänomen zu testen Und was war dieses Phänomen Für zwei Organismen Zu kommunizieren Ohne dass Sie einander Physischen Kontakt hatten Die Theorie Des morphogenetischen Feldes Können ein Menschliches Wesen Dieses unsichtbare Feld Benutzen Um Informationen auszutauschen Genau das sollte dieses Experiment untersuchen Es gab zwei Separate Orte Eins Einer war die Gigantik Und das andere war ein Gebäude in Nevada Das Gebäude Kuh Die neuen Kinder Die in Gebäude Kuh Eingesperrt wurden Wurden mit mehreren Rätseln Wurden mit mehreren Rätseln Konfrontiert Kopien Ziemlich identische Kopien Von den Rätseln Auf der Gigantik Ihnen wurde gesagt Dass sie ihre Antworten Über das Achso In das morphogenetische Feld Setzen sollen Und somit die Informationen An ihre Brüder und Schwester Auf der Gigantik Übertragen sollen Die Überträger Waren im Gebäude Kuh Und die Empfänger Waren auf der Gigantik Jedes Jedes Geschwisterpärchen Sollte eigentlich Aufgeteilt werden Aber Es gab einen Fehler Arkane war ein Empfänger Sie sollte im Gebäude Kuh sein Allerdings Aus irgendeinem Grund Wurde sie auf die Auf die Gigantik platziert Mit den Empfängern Wie ich Vielleicht wurde sie Mit jemandem verwechselt Der in Gruppe A Sein sollte Wie auch immer Arkane ist auf der Gigantik gelandet Ich schätze Ich habe euch genug erzählt Ihr versteht es jetzt Oder nicht? Ich bin mir ziemlich sicher Ihr wisst Worauf das Ganze hinausläuft Junpei Äh Wer Wo Was geht hier Spiel nicht den Dummen Du weißt Dinge die du nicht Wissen solltest Dinge die du nicht Wissen konntest Wie Hast Wie glaubst du Hast du gewusst Dass Ace Prosopagnosie hat Woher wusstest du Dass Ace Kubota Töten Und Töten wollte Und wie Nijizaki Getötet wurde Warst du überrascht Als du herausgefunden hast Dass Ace Hongo war Und was es mit dem Sarg In dem Snake Gefangen war Wie zur Hölle Hast du den geöffnet Nun ja Das ist Wow Was zur Hölle Er wusste es Weil ich es wusste Oh Junpei Erhielt Informationen Die ich ihm Durch das Morphogenetische Feld Gesendet habe Es ist Eigentlich ziemlich Einfach Woher Kenne ich dann Die alternativen Äh Alter Was Woher kenne ich dann Die alternativen Zukunfts Äh Die alternativen Zukunftsstränge Stell dir einen Fluss vor Der sich Äh Der sich Entzweiteilt Wie Ein umgekehrtes Y Wer genau Spricht hier jetzt Gerade Zero Der wahre Zero Also mit anderen Worten Okay Krass Okay Krass Ich wusste gar nicht Ja okay Wenn man jetzt Darüber nachdenkt Macht das natürlich Sinn Wenn Ace Ähm Ne Quatsch Nicht wenn Ace Ähm Wenn Junpei Tatsächlich Ein Empfänger Ist und Zero Ist der Ähm Überträger Quasi Aber die Frage ist Wer ist dann Zero Eigentlich Hat Junpei Irgendeinen Bruder Von dem er nichts Weiß Oder eine Schwester Das wäre krass Wenn dem so wäre Ähm Naja Lesen wir erstmal weiter Der Fluss Fließt Von oben Nach unten Von einem Von einem Einzelnen Von einem Einzelnen Fluss In zwei Einzelne Verästelungen Er fließt nur In eine Richtung Er kann niemals Rückwärts fließen Informationen Ähm Verhalten sich genauso Sie bewegen sich Von der Vergangenheit In die Gegenwart Aber sie fließen Niemals zurück Deshalb können Die Leute Die Ähm Deshalb Können die Leute An der Ähm Quelle des Ähm Ach Gott ey Deshalb können Die Leute An der Quelle Des Flusses In der Vergangenheit Niemals Wissen Niemals Über Diejenigen In der Zukunft Wissen Aber die Leute Ähm Weiter unten Werden Werden niemals Werden niemals Ähm Wollen Werden auch Niemals Voneinander Wissen Informationen 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 fließen Leute in den jeweiligen Verästelungen nichts voneinander wissen. Jetzt, wer bin ich? Ich bin ich, der neunte Buchstabe des Alphabets. Ich bin, bin ich also Zero? Aber ich bin auch Zero. Nein, das ist nicht wahr. Ich bin nicht wirklich Zero. Noch nicht. Vielleicht könntest du sagen, dass ich weniger als Zero bin. Zero ist meine Zukunft. In neun Jahren werde ich Zero sein. Alter, was? Soll das jetzt ernsthaft heißen... Moment, jemal. Soll das jetzt ernsthaft heißen, dass Junpei... ...in Wahrheit... ...Zero ist? Aber er ist quasi noch nicht Zero. Er ist der Zero aus der Zukunft? Also irgendwie... Hä? In neun Jahren wird er zu Zero? Alter, ey, Leute, jetzt... Pfff... Mind blown! Also mein Gehirn explodiert gerade auf so vielen Ebenen. Alter! Was? Wo ist sie jetzt hin? June! Nein, Akane! Wo ist sie hin? Santa! Warum ist Clover... Oh, Scheiße! Stehenbleiben! Oh! Santa hat die Knarre. Ich schätze, er hat sie aufgehoben, als wir alle nicht geguckt haben. Scheint, als hätte er die Situation mit Ace umgedreht. Ich frage mich, äh... Ich frage mich, wie es ihm gefällt, eine... ähm... ...eine Knarre auf seinen Kopf gerichtet zu haben. Steh auf! Oh, Alter! Der Typ sieht richtig pisst aus! Diese Waffe wird er sicherlich, äh... ...wird er jetzt sicherlich nicht mehr loslassen, was? Ace, äh... Ace macht sich überhaupt keine Mühe, sich zu wehren. Ich schätze... Äh... Ich schätze, ich würde es auch nicht tun. Aber er sieht einfach nur erschöpft aus. Ich schätze, er geht zur Tür. Hm. Er... Er muss sich nicht verifizieren, um durch diese Tür zu gehen, aber... Hey, was ist dein Plan, Santa? Was machst du? Er kann nicht, äh... ...nur mit zwei Leuten durch irgendeine nummerierte Tür gehen. Was zur Hölle denkt er sich dabei? Hab ich es euch nicht gesagt? Ich bin Santa Claus. Es ist Zeit für mich, äh... ...dass ich... ...einen Wisch war... ...dass ich einen Wunsch wahr werden lasse. Das war's? Das ist alles, was er uns geben wird? Was zur Hölle bedeutet das überhaupt? Scheiße, sie sind da draußen! Was zur Hölle? Und jetzt ist das Tor geschlossen. Es scheint, als ob der Rest von uns hier drin eingeschlossen wäre. Sie sehen mich alle an. Zumindest ist Seven's... ...sind Seven's Kopfschmerzen weg. Er scheint... ...er scheint in Ordnung zu sein. Tja, ich schätze, es... ...äh... ...schadet nicht, es zu versuchen. Mal sehen, ob die Tür sich noch öffnet. Verdammt! Scheint, als ob diese Tür sich... ...äh... ...nicht in der nächsten Zeit öffnen wird. Du meinst, wir sind gefangen? So scheint es. Was zur Hölle versucht Senta zu tun? Oye, Mine... Oye, Mine, was? Hast du... ...hast du vielleicht bemerkt, wo wir sind? Es kann nur... ...es kann nur eine Sache geben, die Senta jetzt noch tun würde. Nein, das kann nicht dein Ernst sein. Oh, oh, aber das ist... ...oh, aber das tut er... Scheiße, wir müssen etwas tun. Vielleicht können wir immer noch durch diese 9er Tür gehen. Da ist das Red. Ja, alles klar, das können wir tun. Wir müssen nur... Nein, das wird nicht funktionieren. Niemals. Wir 5 können diese Tür nicht öffnen. 2 plus 4 plus 5 plus 7 plus 8 sind 26. Die Quersumme wäre 8. Gibt es irgendeine Kombination, die funktionieren könnte? Junpei, kann ich mir dein Stück und deinen Notizblock ausleihen? Klar, warum nicht? Ich glaube nicht, dass ich sie brauchen werde. Jemals wieder brauchen werde. Tja, sie scheint da auf jeden Fall ein... Sie scheint auf jeden Fall was vorzuhaben. Scheint, als ob sie Gleichungen aufschreibt. Ziemlich viele. Ha, oh Mann. Sie sieht nicht sehr glücklich aus. Was? Hey. Kein... Hey, man braucht... Sie braucht doch nicht diese Seiten auseinanderzureißen. Mann. Was zur Hölle machst du, Clover? Gib mir das! Alles klar, zumindest hat Seven es von ihr weggeschnappt. Vielleicht kann ich jetzt sehen, was genau sie geschrieben hat. Mal sehen. Äh, was? Dann gibt es keine... Dann gibt es keine andere Möglichkeit. Lotus. Scheint, als ob sie es auch rausgefunden hätte. Mann, das ist einfach zu grausam. Es ist in Ordnung. Geht. Lotus. Komm schon. Wir können dich das nicht tun lassen. Oh, jetzt kommt mir nicht so. Ich bin mir sicher, dass ihr es, äh, lieben würdet, mich loszuwerden. Gottverdammt, du Idiot! Wow, wo zur Hölle kam das denn her? Scheint so, als ob sie, äh, das genauso wenig erwartet hätte wie ich. Ohne, äh, wenn du nicht... Schau. Schau mal. Es, äh, es wäre schon ziemlich schlimm, okay? Für einen Cop... Für einen, äh, Polizisten hat er nicht gerade viel Selbstvertrauen. Oder Überzeugungskraft. Schlecht? Äh, ja. Wenn es nicht solche Arschlöcher wie dich geben würde, dann hätte ich keine Arbeit. Hä? Schau mal, ich werde dich nicht zurücklassen, okay? Ende der Geschichte. Seven. Er hat recht, ich werde dich auch nicht zurücklassen. Ich auch nicht. Du hast doch nicht wirklich geglaubt, dass wir dich zurücklassen würden, oder? Äh, ihr seid alles Idioten. Hä? Spiel, spiel nur, äh, spiel nur weiter die harte, Lotus. Wir können alle sehen, dass du kurz vorm Weinen bist. Jetzt, wo das aus dem Weg ist... Allerdings, allerdings... Allerdings. Ich bezweifle, dass wir in der Lage... Dass wir in der Lage sein werden, die Tür zu öffnen, selbst wenn wir Lotus zurücklassen könnten. Hä? Warum? Ich schätze, du erinnerst dich, was mit Ace passiert ist. Ich konnte es, äh... Ich konnte es nicht wirklich sehen, aber... Ich war in der Lage, äh, zu erraten, dass... Ich war in der Lage, zu erraten, was er vorher versucht hat bei dem Red. Ach ja! Nein, was ist das? Warum? Die Quersumme sollte neun sein! Sie muss neun sein! Warum öffnet sie sich nicht? Nur, um, äh, es zu überprüfen. Warum versuchen wir es nicht? Versuchen? Ja, das habe ich gerade gesagt. Geht nicht, verdammt! Du hattest recht! Sie öffnet sich nicht. Aber sie hat sich vor neun Jahren geöffnet. Damals war die digitale Wurzel... Äh, neun. Ich bin mir sicher. Glaubst du vielleicht, dass sie die Einstellungen geändert haben? Wahrscheinlich. Scheiße! Wenn wir nicht durch die Tür kommen, äh, kommen wir gar nicht hier raus. Die Wände sind alle viel zu hoch. Es gibt kein... Äh, da... Es gibt keinen Weg, wie wir hier rauskommen. Ähm... Es gibt keinen Weg, dass wir durch das gleiche Loch, äh, rauskommen, durch das Seven vor neun Jahren rausgeploppt ist. Alles, was wir tun können, ist hier, äh, rumstehen und auf diese Tür mit einer Neun draufstarren. Ich schätze, das war's. Das ist das Ende. Das ist das Ende. Vielen Dank.